Willkommen zur Lecture Montage. Das ist Dialog, Vielstimmigkeit, Auseinandersetzung mit Botschaft, Wirkung. Etwas, was zu einer Zukunft in den sozialen Medien führen kann. Der Einstich in die Montage ist zunächst erstmal der Dialog mit dem Cutter oder mit der Cutterin. Und dieser Dialog ist das Aufeinanderprallen von Intentionen mit professioneller und empathischer Beobachtung. Der Cutter, in meinem Fall Andreas Zitzmann und im Fall von Neue Natur, Art Girls intern, die Cutterin Janine Dauterich, beobachten ja das Material ganz unabhängig von all den Erfahrungen und Wünschen, die da auch drinstecken, vom Autor her kommen, von der Regie her kommen, aus dem Erlebnis der Dreharbeiten her kommen. Die sehen erstmal ein Material, das in der Art und Weise, wie es im Film zusammengefügt wird, beginnt, ein eigenes Leben zu führen. Durch die enge Involvierung in Nikitas Installationsaufbau in der Ausstellungshalle bekam ich einen schönen Einblick in die Freiheit der Cutten. Ja, darum geht es eigentlich. Dieser Prozess ist sehr, sehr wichtig und er ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man innovativ drauf aufbauen möchte, in dem Sinne, dass man sich darauf einlässt, dass das, was da entsteht, eben überraschend ist, auch für die Macher und etwas anderes als die ursprünglichen Intentionen. Das heißt aber, dass wir hier beim innovativen Filmemachen in einem Bereich sind, der sich unterscheidet von den Strategien des Filmemachens, die immer schon vorher um ihre Wirkung wissen. Wir kennen ja alle inzwischen eine ganze Menge Genres, die um ihre Wirkung wissen. Wir sind bildgesteuerte Lebewesen zu einem großen Anteil, genauso wie wir sprachgesteuerte Lebewesen sind. Und man kann natürlich auf gewisse Knöpfe die ganze Zeit drücken. Man kann aber auch sagen, es ist wichtig und interessant, einen sozialen Prozess in Gang zu setzen, bei dem eine bestimmte Art zu leben, die man auch den Kinozuschauern mitteilt über den Film, mit der Produktion dieses Films zusammenfällt. Da ist das Ganze, hat dadurch auch was Modellhaftes. Aber über diesen modellhaften Anspruch hinaus hat es nicht unbedingt eine Botschaft. Denn auch wenn ein Film von vornherein weiß, der ist gemacht, um folgende Botschaft zu vermitteln, dann arbeitet man mit Verfahren, die im Regelfall nicht innovativ sind und die auch schon in den düstersten Teilen der deutschen Geschichte und weiß Gott nicht nur da ausprobiert wurden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Organisation von Vielstimmigkeit. Und das ist eine Aufgabe der Montage, die natürlich sich auch erst dann stellt, wenn man es mit verschiedenen Elementen, die eine eigene Stimme haben, zu tun hat. Wenn die Animation aus selbst von 20 oder 30 verschiedenen Autorinnen oder Autoren stammt. Und wenn auch der Schauspielstil nicht vereinheitlicht auf eine gewisse Art ist, sondern wenn jede Schauspielerin und jeder Schauspieler, weil es in der Inszenierung so gewollt war, in einer gewissen Weise ein Eigenleben, ein Changieren zwischen Rolle und Figur mitbringt, und wie sich das Jean Renoir immer so gewünscht hat, der auch drittens gesagt hat, ich besetze gegen das Drehbuch und ich filme gegen das Drehbuch. Man versucht eigentlich in einem Film so wenig Realität wie möglich dem Drehbuch oder der Story zu opfern. Aber das heißt, dass dann immer zusätzliche Layer und Qualitäten da sind, die in der Montage erkannt werden müssen und organisiert werden im Sinne einer Vielstimmigkeit. Jedenfalls gehört in diese Zusammenarbeit mit dem Cutter und mit der Cutterin unbedingt herein, die Produktionsorganisation in Form von Feedback schleifen. Man muss sich einfach, oder wenn man innovativ arbeiten möchte, ist es eine sehr gute Idee, sich die Zeit zu nehmen, zu drehen, zu schneiden, zu überlegen, was drehen wir als nächstes. Immer wieder aus der Produktionswelt, die man sich inzwischen erschlossen hat, heraus zu überlegen, welche Elemente dieser Welt können wir am besten an welcher Stelle realisieren. Da, wo wir ein tolles Kostüm haben, eine tolle Location, eine super Weißcamp. Da, wo wir auf einmal 100.000 Leute haben, die um die Stadt Leipzig herumgehen. Da können wir auch nächste Schritte machen. Und das wirkt natürlich wiederum nicht nur aufs Drehen, sondern auch auf die nächste Schnittphase zurück. Weil da ja der Gesamtrhythmus auch von kompakten Szenen oder von längeren und ruhigen Szenen und so weiter zusammenwächst. Also Feedback schleifen, das Drehen und dann Lernen am Schneidetisch, weil das ist die härteste Probe, die man beim Film hat. Man sieht, was man da unabhängig von seinen Wünschen gemacht hat und muss sich dem auch stellen. Die Kombination von diesen Phasen im Schneideraum und vom Drehen und eben auch ist die Voraussetzung dafür, dass die spezifische Fantasie der Animation sich überhaupt entfalten kann und auf die Story zurückwirken. Denn normalerweise ist die Animation darauf festgelegt, Special Effects zu liefern, die vorher schon im Drehbuch standen. Oder man macht gleich einen ganzen Trickfilm. Aber dass verschiedene Realitäten, sowas wie das, was im Schauspiel da ist, das aber, was ich auch als technische Animation mit der Vice Game, das hatte ich erwähnt, plötzlich einstellen kann, dass solche verschiedenen Realitäten unserer medialen Existenz zusammenkommen, das setzt eben auch voraus, dass verschiedene Produktionskulturen, kleines Team, großes Team, Arbeit im Schneideraum, also Konzipieren von visuellen Effekten, Konzipieren von Sounddesign, Arbeit mit Folies, also mit dem Geräuschemacher. Das alles sind ganz unterschiedliche Realitäten, die normalerweise einfach aufeinander abfolgen. Aber es ist sehr sinnvoll und interessant für innovatives Filmemachen nach Produktionsformen zu suchen, die genauso vielfältig sind und sich dann ergänzen können. Dazu braucht man aber auch Zeit, aber warum nicht, sich die Zeit zu nehmen, wenn sie gleichzeitig dazu führt, dass man unter Umständen mit einem Zehntel oder einem Fünftel oder der Hälfte dessen auskommt, was in diesen angeblich so toll und vernünftig geplanten Produktionen rausgepustet wird. Bei meistens absehbarem Ergebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017